so liebe leute herzlich willkommen zurück zu let's play infamous second son wir machen heute weiter das wieder bei einiger heinig sie meinen hier demonstrieren ist gut und da vorne prügeln sich wieder weg also das ist was ja nie mit der stadt los hallo papier sie denn da hallo kannst du mal herkommen jetzt hier so die op zentrale besiegt wo hatte ich gesagt das war ein paramount ne weil es fehlen noch die audioprotokolle es fehlen noch die audioprotokolle reise nach belltown reise nach paramount ja ich weiß dass wir ein bisschen arbeit das ist jetzt die letzten folge echt verdammt viel arbeit aber wie gesagt wir müssen ja oder ich will ja gerne alles nach und nach machen ich weiß dass wir hier ein bisschen zu tun haben also wie gesagt das letzte das vor das drittletzte also zwei haben wir danach noch die drohne war man zufällig warte mal ich kann ja mal kurz gucken was wir das überhaupt noch so haben auch brauchen wir nicht ach das ist die schon videokraft ne okay die kann ich aber auch aufbauen ich muss auch die protokolle suchen ja 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 einfach Scheiße. Scheiße, wa? Gut, dann haben wir das auch erledigt. Dann müssen wir jetzt, äh... Also dann haben wir das Gebiet hier oben abgearbeitet, tatsächlich komplett. Puh. So, dann reisen wir jetzt zurück nach... äh... äh... nach Waterford. Dort fehlen uns, wie gesagt, noch die zwei Audi- und der Boss-Fight. Aber das hat sich heute alle schon in der Folge geschaffen, weiß ich noch nicht. Aber jetzt reisen wir erst mal zurück nach Waterfront. So. So. Weil dann kann ich mich hier jetzt endgültig abschließen. Ich weiß, wir sind schon Ewigkeiten fertig hier mit dem, äh... mit dem Gebiet. Aber... Es fehlt noch ein bisschen. So, Waterfront. Ich will nämlich gerne erst die Viertel komplett befreien, bis wir euch dann wirklich mit der Mission auch weitermachen. Ne, soll ich mir das bitte nach... Das kann jetzt mal ein, zwei Folgen dauern, bis wir da irgendwie mal... Äh... Bis wir da irgendwie mal weitermachen können. So. Äh... Was habe ich jetzt vorgehabt? Genau. Äh... Audi-Protokolle. Das fehlt noch. Das da oben. Sind das noch die Container, die wir damals... Hallo? 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 Komm mal raus hier. Du bist kein Verdichtiger. Du bist nett. Ja. Ja. Oh, du gehörst eigentlich auch zur Rückstufe. So. Äh... Genau. Wie gesagt. Audi-Protokolle fehlen noch zwei Stück. Dann haben wir das auch durch. Und dann können wir wahrscheinlich auch den Vollbots weitermachen. Wahrscheinlich in dieser Folge. Dann können wir in der nächsten Folge tatsächlich schon mit der Mission beginnen. So. Ne, das war nicht richtig. Das stimmt hier mal im Parkplatz oder so. Ja. Okay. Da ist es. Ich habe mich aufgefahren, wieso sie immer so viel Spaß und bei uns gefolgt hat. Ich habe mir kurz nicht nur gestellt, dass sie noch eine Mission vorbereitet hat. Was für eine Mission? Wir werden es nicht erfahren. Hm. Dabei geht die mir auch ein bisschen auf Nütze. So, einer muss hier noch irgendwo rumrennen und ich weiß noch nicht wo. Oben wahrscheinlich, ne? Bisschen Gebrauchung. Headshot. So, auch diese DOP-Einheiten sind tatsächlich Geschichte. So. Ah, letzter Audio-Protokoll. Das ist hier oben irgendwo. Dann haben wir das auch erledigt. Dann können wir nämlich wirklich tatsächlich in den Boss-Fight gehen, wenn wir können. Na, ist doch schön. Wenn die Stadt soweit mittlerweile wieder hergestellt ist. Da hinten ist wieder eine kleine Klopperei. Da hinten ist wieder eine kleine Klopperei. Oh ja. Ich bin sehr sehr. Haha. Hallöchen. So, wir müssen auf jeden Fall jetzt weitermachen. Wir müssen nämlich das jetzt, wie gesagt, das allerletzte Auto-Protokoll suchen. Die Frage ist, wo befindet sich das? Ist das da oben? Das ist gut. Das wäre gut, wenn das da oben wäre. Wäre für mich einfacher. da ist es also nicht da ist es sondern da ist zumindest die möglichkeit dass die torten ich glaube das ist da unten irgendwo oder auch nicht ich muss gerade gucken wo es sein könnte da ist es so langsam es ist So, die nächste Trophäe, die wir gerade eingesagt haben, war die für die ganzen Audio-Protokolle. Und dahinten ist wieder eine kleine Prügelei. Oh, äh, das war keine Absicht. Ich wollte eigentlich jetzt nicht schwimmen gehen. Die ist hier vorne irgendwo, warte mal. Hallo, geht mal bitte. Raus. So, der Verdächtig... Oh, cool. Dankeschön. Willst du es mitnehmen? Blub. Abtaunt, 10%. Aber das ist herzlich egal, wie viel Prozent diese Stadt nur noch hat. Danke, weil sie ein Bossfight machen. Nee? Oh. Das hat ja gar nichts ausgehalten. Gut, dann haben wir das auch erledigt. Barbecue aus. Ich habe fast Döner gelesen gerade. Aber Döner... Heißt, glaube ich, nicht auf Englisch Döner. Ich weiß gar nicht, was es überhaupt auf Englisch heißt. Ich weiß gar nicht, was es überhaupt auf Englisch heißt. Ich glaube, Döner gibt es gar nicht in Amerika, oder? Also nie so wirklich. Ich weiß, dass irgendwelche Deutschen das mal gemacht... Ja, leck mich doch am Arsch. Hallöchen. Ihr wolltet mich in der anderen an, den letzten Bossfighter anzugehen, ne? Ihr Heinis. Na gut, dann ist es jetzt der Letzte. Hallo, hier ist die B.U.P. Notrufzentrale. Wöchten Sie einen Mio-Terrorismus-Vorfall melden? Also, Ihre Reklame-Zahnung. Äh... Rufen Sie nicht mehr an! Das B.U.P. wird das nicht dulden! Oh, kein Problem. Vielleicht war das zu viel. Oh, da sind wieder einige unterwegs. Ah gut, es geht aber von der Menge her geht es eigentlich tatsächlich. So, ich muss mich jetzt überhaupt mal ein bisschen orientieren. Oh, ich muss mich jetzt überhaupt mal ein bisschen orientieren. Also, ich habe nicht behauptet, dass es einfach wird. Das ist, wie gesagt, der Letzte. Hat da schon mal jemand gesagt, dass ich gerade... Heiei, hei, hei. Ich glaube, wir haben den Haupt-5. 1, 2, 3, 4, 5, ja. Naja, jetzt sind es nur noch 4. Nur noch 3. Ich kriege keine Neon, ne? Ich muss mich jetzt wieder ein bisschen heilen. Entschuldigung. Ich habe keine Dings mehr, ne? 3 sind noch. Ah, da steht noch eine. Ich dachte, das wäre eine Pflanze. Oh, einer nur noch. Was ist denn der? Ja. Ja. Was ist ja da, sonst sehen wir uns mal das Video, weil dann ist es für mich einfacher die dann zu greifen. Das war's. Und damit müsste die Stadt eigentlich befreit sein. Jetzt war der letzte Finalkampf, liebe Leute. Wir sind durch. Also nicht mit dem Let's Play, da fehlt noch die Mission. Aber wir haben alle Gebiete auf unsere Seite gebracht. Schnitz. Oh oh. Na gut, war schon. Manchmal muss man auch mit den... Aber die Aktivisten sind gar nicht mal so schlecht eigentlich von dem Dings her. So, jetzt holen wir uns noch den einen Typen. Wir retten mal hier mal den Verdächtigen. So, und das war's mit der Folge, liebe Leute. Und das war's. Wir sind durch für heute. Gucken wir mal auf die Uhr. Ja, passt 20 Minuten. Das ist wunderbar. Uns fehlt, wie gesagt, nur noch die letzten, äh, Mission. Und, äh, dann würde ich sagen, wir sind's ja in der nächsten Folge wieder bei Let's Play. Äh, das wird wahrscheinlich morgen um 16 Uhr passieren. Sehr wahrscheinlich zumindest, ähm. Ja, hab ich das einladen. Weiß ich noch nicht. Ich denke schon. Und dann verabschiede ich mich für heute. Und wir sehen uns. Bis dann. Tschüss. Tschüss.